Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich Kornflex, Joghurt und Banane. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Ich tue nun die Kornflex, die wir in den Steine rein tun. So, dann tue ich die Banane auch da rein. Und die Banane. So, dann tue ich die Kornflex. So, das sieht jetzt so aus. Dann kommt noch ein bisschen Joghurt da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich benutze das jetzt mit Hunkküren und das sieht jetzt so aus. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt müssen wir für euch mal testen. Und das ist jetzt so aus. Lecker! So und jetzt mache ich Bananenmilch mit Bananen, die habe ich schon klein gemacht und mit Honig. So, die Bananen habe ich hier. Jetzt kommt Honig rein. Und jetzt mache ich die Milch rein. Und das sieht jetzt so aus. Und jetzt mache ich die Milch rein. 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 Lecker! Lecker!